Time to take a look at a few more Rodia products. Zeit, sich wieder mal mit einigen Rodia Notizbüchern zu beschäftigen oder Blöcken. Diese haben wir schon gesehen, die Rodia Notebooks. Hemos visto estas Agendas de Rodia y yo pienso también uno de estos Papeles de Rodia. Pero ahora vamos a take a look at the dot pad. Wir werden uns also das Dot Pad von Rodia aus der Nähe angucken. Hier haben wir drei verschiedene Größen. Des Rodia Dot Pads, hier vergleichbar das normale karierte Pad. Aber jetzt, also dieses ist jetzt ohne, ach doch, das ist auch das Dot Pad. Und zwar werden wir das machen, vamos a probar este mit diesem Füllfederhalter von mir, dem Flex and Wet Pen. The other pen, we are going to try, es este Pluma Fuente de Mont Blanc. Una Pluma con una Punta Flexible. Also dieser hat auch eine flexible Feder. Das ist der Flex and Wet Pen, mein eigenes Modell. Wir sehen die Form, etwas ungewöhnlich. Ich, pero porque yo uso este tanto, este Pluma tiene su propio estando. Okay, das ist also, jetzt geht es also um die Rodia Pads. Wir gucken uns die aus der Nähe an. Wie gesagt, speziell jetzt das Dot Pad. Wir sehen, die Bösen lassen sich hier so schön zurückschlagen. Okay, und diese Notizbücher sind auch sehr schön gemacht. Hinten mit der Tasche, so im Stil der Moleskin Bücher mit dem Gummiband, was sich hier rüberziehen lässt. Para será el libro. Okay, so weit also zum Rodia Pads in einem anderen Video, in einem otro Video. Yo voy a cambiar la cámara y vamos a verles aus der Nähe. Okay, gleich geht es also mit dem zweiten Video. Okay, so weit also mit dem zweiten Video. Okay, so weit also mit dem zweiten Video. Okay, okay. Wir sehen uns auch hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.